liebe bürgerinnen und bürger liebe freunde und bekannten ja ihr habt euch in diesem jahr richtig entschieden bei der wahl denn ihr habt gesagt ja wir nutzen ihnen den kartenvorverkauf für das oktoberfest 2014 auf dem lokplatz und das war gut so denn viele von diesen karten sind leider nicht mehr verfügbar ein rest ist noch da für unentschlossene für die die unsere agenda in der publikation unserer parteiunterlagen nicht gefunden haben wo wir plädieren dafür kein halbes maß mehr was war ein weiterer punkt ein ganz wichtiger punkt partylaune partylaune ohne ende auch da haben wir viele besucher und unterstützen wir natürlich auch die dekoration für die partylaune oder zum beispiel jodi 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 aber ein ganz wichtiger entscheidender punkt war für viele das thema ja keine halben sachen mehr schluss schluss mit der käfig haltung freie hühnchen für alle freie hähne für alle und keine halben hähne mehr ich aufgrund meines auftrages unterwegs in den hühnerfahren habe sie fliegen sehen die halben hähnchen immer im kreis herum kein ziel finden viele wollten auch dieses jahr wieder nach dem süden sie haben es nicht geschafft weil sie immer im kreis herum flogen deshalb sag ich freunde keine halben hähnchen mehr und deshalb für alle die die sich noch nicht entschieden haben 14 14 10 2017 auf dem lokplatz das ultimative oktoberfest freunde kommt nicht alleine kommt mit einem partner mit einem freund bekannten immer bitte in vollständigen gruppen 24 6 18 so dass es aufgeht keine halben hähnchen mehr versteht ihr es muss eine runde sache gut es gibt natürlich auch für feinschmecker eurer art das gepflegte wie heißt das jetzt hier mit dem fleisch herum die haxe gut wäre auch eine entscheidung also bei euren karten ist dabei ein halbes hähne eine haxe und noch ein getränk was wollt ihr mehr oktoberfest 2014 und wisst ihr wer auch dabei ist bilder rätsel ja die blechspucker auch die blechspucker aus guben sind dabei und die heizen euch mit live musik ein ich freue mich riesig auf dem 14 10 2017 wenn ihr dabei seid es wird die party wir sehen uns jetzt muss ich erst mal auf dem lok platz sind gestört aber geil karat und 6 sie haben da ganz schön losgelegt ich muss erstmal alles trocken liegen man sieht sich 14 10 nicht vergessen mit den blechspurgarten und dj o dj o wer sind es so äh das bin ich ja ok bis dann lasst es euch gut gehen dann 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 da